Verlogenheit. Verlogenheit ist das Wort, das ich suche. Die Verlogenheit der Anklage zu demonstrieren, dann hätten die Richter gar keine andere Wahl, als mich für nicht schuldig zu befinden. Ihr unermessliches Selbstvertrauen hat uns während des ganzen Verfahrens großen Trost gespendet. Ich möchte Ihnen beiden danken. Wirklich. Aus tiefstem Herzen. Ich bin Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar. Und zwar für alles. Die Verlogen Hallo beim Zölonen-Sender. Diesmal Crossroads Part 2. Heute mit Mario. Hi Leute. Und Phil? Guten Tag. Und wenn... Hallo. Ähm, irgendjemand ist dann noch... Jan! Du hast den Jan verstanden. Und Jan. Ne. Ja. Schön, dass du da bist, Jan. Der Rest ist auch da. Hallo Tim. Hallo Jan. Jan, du wolltest heute die Folge zusammenfassen. Wollte ich, aber dann hat Phil sich vorgefischt und meinte, Ben soll es mal. Was? Aber Tim wollte doch heute, hat er gesagt. Ja, ja. Wir müssen eh die Produktionsnotizen machen, aber ich glaube, wir kommen heute ganz schnell zur Folge, weil wir haben nämlich beim letzten Mal schon so unheimlich viel dummes Zeug geredet, dass wir gleich diesmal an die Folge anknüpfen können. Ja, also los. Und in der Woche dazwischen ist ja eh nichts passiert. Eben, genau, genau. Wir haben auch kein neues Förderfeedback bekommen. Schade, ne? Ja. Und wir haben noch keinen neuen Bundeskanzler. Trotzdem nochmal danke Olaf. So, dann kommen wir zu Folge CYS 58. Das ist die 20. Folge der dritten Staffel und damit auch die letzte Folge der dritten Staffel. Die da heißt Crossroads Part 2 oder Am Scheideweg Teil 2. Und wir haben einen Switch im Autor. Das ist jetzt nämlich Mark Verheiden. Beim letzten Mal war es noch Michael Taylor. Die Regie führt weiterhin Michael Reimer. Ich nehme mir jetzt auch mal an, das wurde eher so in einem Klummbatsch aufgenommen, wie der Hesse sagt. Also zusammen. Das verstehe ich. Ach so. Und wenn wir schon bei zusammen sind, kommen wir doch zur Zusammenfassung. Ben. Wow. Ich muss mir eben eine Aspirin holen. Okay, Zusammenfassung. Das geht jetzt relativ fix. Ich habe mir da was überlegt. Die Folge setzt ja quasi da an, wo die andere Folge aufgehört hat. Das Verfahren ist noch im vollen Gange. Die Galaktika und die Flotte sind weiterhin auf dem Weg in den Ionischen Nebel, in der Hoffnung, dass sie da die Erde oder zumindest Hinweise auf die Erde finden. Und im Verlauf der Verhandlungen geht es immer mal wieder hin und her. Die eine Seite liegt vorne, die andere Seite liegt vorne. Bis dann die Adama selbst in den Zeugenstand geht und eine für mich überzeugende Rede hält. Oder eher ein Monolog. Eine Rede ist es ja nicht. Was am Ende dazu führt, dass Gaius Balta mit 3 zu 2 Stimmen für nicht schuldig erklärt wird. Und all hell breaks loose. Weiterhin ist ja die Galaktika auf dem Weg, wie gesagt, in den Ionischen Nebel. Letztendlich kommt sie an ihrem Ziel an oder an ihrem angeplanten Ziel und der komplette Strom in allen Schiffen fällt aus. Die Antriebe fallen aus. Letztlich fällt die gesamte Energie aus und die Schiffe treiben hilflos im All. Eine große Zylon-Flotte springt hinterher in das gleiche System. Und ja, ein paar Vipers starten noch aus der Galaktika, bevor nichts mehr funktioniert. Unter ihnen auch Lee Adama. Und er wird im All von einer alten Mark II Viper begrüßt, die geflogen wird von Starbuck. Ja, gut vorbereitet. Das kam so unerwartet, Tim. Das hat mich mitten aus meiner Rede gehasen. Ja, du weißt ja, wie das ist. Comedy ist Timing. Und unsere dritte und vorletzte Staffel endet mit einem Bild der Erde. Schön. Und mit Jimi Hendrix alias Bill McCreery alias... All along the Watchtower. Wie heißt nochmal dieser Nobelpreisträger? Bob Dylan. Den kennt doch keiner. Bitteschön. Jeder kennt Bob Dylan, kennt aber meistens nur die Cover seiner Lieder. Eben, deswegen habe ich ja Jimi Hendrix. Ja, die sind ja auch meistens besser. Ja, bei der Version von Jimi Hendrix hat er ja irgendwann im Interview gesagt, ja, das ist jetzt nicht mehr mein Lied, das ist seins. Weil er halt die Hendrix-Version viel, viel besser findet als seine eigene. Ich finde fast alles von Bob Dylan besser, wenn es jemand anderes macht. Ich finde, der kann gut Lieder schreiben, aber ich mag es überhaupt nicht. Auch Mr. Tambourine Man. Mr. Tambourine Man, Knocking on Heaven's Door, eben All along the Watchtower. Das sind alles wirklich bei mir auch Sachen, die gefallen mir im Cover bester. Mir nicht. Ich mag nur Original. Ich bin Purist. Musikpurist. Ja. Du bist schräg und das ist Englisch. Als Mutter. Ich mag das Original von All along the Watchtower lieber als von Jimi Hendrix. Aber die Version, die Beer McCreery hier gespielt hat, so sagt er, bezieht sich auf die Jimi Hendrix-Version, was man schon an den Gitarren ableiten kann. Ich habe mir heute meinen Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen, zu dem Lied. Mit Bibelreferenzen und Zeiterzählungen, dass Kritiker sagen, Bob Dylan zieht die ersten zwei Strophen auf, sagt, ich erzähle euch eine Geschichte und dann sagt er in der dritten, das war's. Verrückt. Du meinst jetzt bei All along the Watchtower oder was? Ja, ja, genau. Das ist ja sowieso ein archetypisches Märchen oder was da auch immer erzählt wird. Vor allem, ich habe das mal so gelesen, dass es eigentlich rückwärts erzählt wird, die Geschichte. Ja, die meinen eben auch, er knüpft es von hinten auf, aber der eine Kritiker oder was auch immer Fachmann sagt eben, er sagt sozusagen, die Geschichte geht los und dann sagt er, das war's. Achso. Okay. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich kenne den Songtext auch nicht. Aber ich habe Jimi Hendrix getroffen, hier ein Foto. In Seattle. Ich sehe nichts mehr. Kommt vielleicht noch an. War ein bisschen zu groß. Da ist es. Ist gut vorbereitet. Da guck, Jimi Hendrix. Ach, Wahnsinn. Gell? Cool. Er hat aber nichts gesagt. Sehr eingebildet. Er schreit ja auch gerade, die soll ja reden. Achso, gut. Dann weiter. Wir kommen später, glaube ich, nochmal zu diesem Song. Okay. Der kommt ja erst ganz am Ende. Achso, Spoiler. Und wir müssen auch später nochmal drüber sprechen. So, wie geht's los? Wir haben jetzt wieder so eine Vision im Theater, so ähnlich wie auch die erste Folge losging, aber nicht unmittelbar nach dem Start, sondern zuerst sehen wir noch wie die Präsidentin. Moment. Doch. Ich überlege gerade, ob ich jetzt anfangen soll zu reden oder ob Ben das machen sollte. Aber deine Zusammenfassung war fertig, richtig? Ja. Gut. Ob die wichtigen Teile angeht. Wenn du jetzt auf die unwichtigen Teile eingehen möchtest, ist das kein Problem. Also, ich gehe jetzt nochmal auf deine Frage von letzter Woche ein. Chronologisch oder nicht? Ich fange jetzt einfach vorne an. Und es geht ja so los, dass Roslyn zum Doktor geht. Wir sehen wieder Dr. Kottel. Und sie bekommt ihre Doloxan-Behandlung und wird da so an so einen Tropf gehängt. Und dann schläft sie ein und dann träumt sie wieder von dem Opernhaus. und trifft in diesem Opernhaus Six, Quatsch, doch, Six und, genau, Caprica Six und Boomer. Ist das Boomer? Ist nicht Boomer, gell? Doch. Ach, verdammt, das ist Boomer. Athena. Athena ist nicht Boomer. Die gute Boomer. Die gute Boomer. Und trifft Athena, die zufällig auch gerade auf der Krankenstation ist. Und als sie sich treffen irgendwie, dann schreien sie beide auf und Kottel rastet voll aus, weil er beide sozusagen im Blickfeld hat und sie beide gerade irgendwie schreien. Und was ist hier los? Was ist das für ein Quatsch? Warum schreit ihr zwei zum selben Zeitpunkt, während ihr auf meiner Krankenstation seid? Ich bin der Einzige, der hier schreit. Dann zündet er sich erstmal eine Kippe an und die beiden gehen zu Six in die Zelle. Und da habe ich vergessen, was sie mit Six reden. Achso, doch, dann stellen sie einfach fest, dass sie das auch mitbekommen hat und sie sagt, das kann alles gar nicht passieren und gar nicht sein. Und dann sagt Boomer, setz es auf die Liste, Athena. So war das damals auf dem Kampfstern. Das ist richtig. Ja, und was bedeutet das jetzt alles? Tja, ich weiß nicht. Was bedeutet das jetzt alles? Du stellst jetzt nur die Frage, damit du die Antwort nicht geben musst. Ja. Nein, ich dachte, vielleicht hat er jemand eine interessante Idee. Aber dem scheint nicht der Fall zu sein. Ja, aber was soll man da für eine Idee haben? Das sind irgendwie... Kollektive Träume? Keine Ahnung. Ich glaube, sowas gibt es nicht. Auch wenn das uns Serien immer weiß machen wollen. Gut, dann haben wir das geklärt. Na gut. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe noch... Ich halte mal eine Frage an euch, weil wir sind ja hier in einer Männerrunde. In Filmen ist das immer super dramatisch, wenn sich Leute beim Rasieren schneiden. Macht ihr da auch so ein großes Gejammer? Schneide mich nicht beim Rasieren, ich benutze einen nass... Quatsch, das war falsch. Fang nur von vorne an, Tim. Ja, ich mache dann auch immer so ein Gejammer. Nein, mache ich nicht. Es tut weh, man denkt... Ah, okay. ...halte mein Schienenbein und sage... Ja, so. Nein, ich mache dann kein Gejammer. Das Dumme ist nur, wenn du dich mit einer Rasierklinge schneidest, dann hört das nicht auf zu bluten sehr lange, weil du dann einfach so ein Stück Haut wegsäbelst. Und irgendwann wachst du wieder auf in deinem eigenen Pfissen. Deswegen ist das ja nicht... Ich wollte nur sagen, deswegen ist das sehr nervig, wenn man sich... Ja, aber es ist keine... Aber es tut gar nicht so weh, halt. Das ist halt... Ist halt kurz doof und dann macht man weiter. Ich rasiere... Also ich habe ja Bart stehen, keine Ahnung. Ich habe mich schon seit Jahren nicht mehr richtig rasiert. Ich rasiere mich meistens trocken. Habe ich noch nie gemacht. Aber manchmal auch nass. Und dann schneide ich mich. Und dann wieder trocken. Das reicht jetzt wieder für eine Woche. Genau. So ist das. Aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, wie Adama das da gemacht hat. Du spielst auf die Szene an, wenn die Präsidentin ihn anruft und sagt, dass ich nicht aufstehen kann. Ja, so wie die Folge halt losgeht. Es schneidet sich ja und das Licht flackert ja dann. Mysteriös. Mario! Dann lässt er seinen Frust an der Präsidentin aus. Mario sagt überhaupt nichts mehr. Ja, seine dominante Seite. Mario, bist du noch da? Aha. Da stimmt was nicht. Aha. Mario ist weg. Wieso hat er noch nichts gesagt? Der Österreicher war nur kurz da. Wir haben Mario verloren. Ich glaube, Mario muss eben wählen gehen. Mario? Mario? Der kommt schon wieder. Ich glaube nicht. Der ist bestimmt auf dem Klo oder was essen. Louis. Das ist mir eingefallen, als ich mysteriös gesagt habe. Das sagt sonst Mario immer. Okay. Das stimmt. Der hat nicht drauf reagiert. Ja, das war es wohl für die Folge. Schade. Ja, die Präsidentin ist auf jeden Fall durch ihre Behandlung sehr niedergeschlagen und braucht irgendwie. Ja, und ein bisschen einsam vor allem. Ja, kann sich auch nicht aufrafen aufzustehen. Ja, naja. Die hätte schon aufstehen können. Die wollte einfach ein bisschen mit Adama schäkern. Ja. Get your fat lady ass out of that wreck, Rosslyn. Ja. Das war lustig. Klappt ja auch dann. Ja. Und dann, das war aber schon, irgendwann kommt das. Keine Ahnung. Wir waren ja jetzt gerade bei Six und wir wissen nicht, was das alles bedeutet. Ja. Ja. Ach so, und dann bist du zum Rasieren übergegangen. Ich wollte nur noch mal... Ja, weil so die Folge anfängt. Ja, ja, ja. Ähm, naja, dann ist es doch am schlauesten, wenn wir jetzt einfach kurz über die Gerichtsverhandlung reden, oder? Ja. Meinst du? Ich bin total überzeugt. Nee, ist gut. Was? Das wird nicht besser, wenn ich jetzt noch mal zustimme. Voll passiv. Ja, nein. Du machst deinen Scheiß doch selber. Mach ruhig. Ist okay. Ich glaube, Jan ist inzwischen auch weg. Ich bin noch da. Nee, ich finde das gut. Wir können jetzt über die Gerichtsverhandlung reden. Da kommt nämlich ja auch noch, wir haben ja noch einen dritten Zeugen. Ja, Apollo halt. Ach so. Ich hatte jetzt gedacht, da kommt erst noch Gator. Ja. Gator? Nee, Gator. Ach so. Ja, aber Gator sagt ja nur, Walter ist ein böser Mann, bringt ihn um. Ja, aber Gator lügt vor allem, oder? Ja, Gator lügt, ja. Richtig. Stimmt, weil er ja gar nicht dabei war, als Walter unterschrieben hat. Und das sagt Walter ja auch. Ja, und es wird ja auch in den Rückblenden immer wieder erzählt, wie Walter zum Unterschreiben genötigt wurde und mit vorgehaltener Waffe, Waffe an den Kopf und Gator sagt aber, ihm wurde die Liste vorgelegt und er hat sie einfach unterschrieben, aus freien Stücken. Und da muss ich sagen, da hat Gator bei mir verloren. Er hat einige an Sympathiepunkten verloren. Ich hätte ihn anders eingeschätzt. Und das hätte Walter ja auch, er sagt ja auch, Felix, 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 oh Felix, wie kannst du? Ist Tim noch da? Tim? Tim? Ja, ich habe gerade überlegt, natürlich gibt es da auch noch eine Vorgeschichte ja zwischen den beiden, weil Walter hat ja auch Gator voll reingeritten mit dieser, wo wisst ihr diese Szene, wo diese offensichtliche Kamera in den Weg hingen. Ja. Ja, Zelle, ja. Das hat er bestimmt nicht vergessen. Nein, deswegen hat er mir auch einen Stift in den Hals reingeraten. Ach so. Beziehungsweise bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob der bewusst lügt oder ob der glaubt, dass das so stattgefunden hat. Das ist ja auch. Ja, doch, der lügt schon bewusst. Ja. Es kann ja sein, dass er glaubt, dass es so abgelaufen ist. Das meine ich ja. Ja, aber dann könnte er ja sagen, ich stelle mir vor, es ist so passiert. Ja, genau, weil er wird ja am Anfang gefragt, waren sie da? Und er war ja nicht da zu dem Zeitpunkt. Er kam ja später. Wissen Sie, was das ist? Das ist eine Todesliste. Aber er hat gesagt, er wäre dabei gewesen. Aber das ist ja so, dass Zeugen ganz oft einfach was Falsches sagen, weil sie glauben. Nein, aber ich sage, waren sie bei 9-11 dabei? Ja, aus Rio de Janeiro habe ich das gesehen. Er wird gar nicht gefragt, sondern Balter sagt, sie waren doch gar nicht dabei. Aber wie kann er denn dann wissen, wie es war? Also er hat ja offensichtlich, das sieht man ja dann auch in den Rückblenden nochmal, er hat ja nur das mitbekommen, er sieht ja diese unterschriebene Liste und dann stellt er sich halt vor, wie es war. Ja, deswegen bin ich mir halt nicht so sicher, ob er wirklich bewusst lügt, um ihm eins reinzuwirken oder ob er einfach nur das erzählt, was er glaubt, was war. Nee, ich glaube, er lügt schon bewusst. Er hat nämlich auch, wenn er vom Zeugenstand geht, so ein richtig kleines rattiges Lächeln im Gesicht. Okay. Das ist mir nicht aufgefallen. Dann glaube ich dir. Und ich denke halt vor... Werft ihn aus der Luftschleuse. Also klar, Zeugenaussagen, die wandeln sich auch mit der Zeit. Das stimmt, da hast du recht, aber ich glaube nicht in so fundamentalen Dingen wie, war ich überhaupt da oder war ich überhaupt nicht da? Ja, vor allem hasst er ja auch ihn, also es ist schon sehr plausibel, wenn er einfach lügt, weil er hasst ja Balter auch, weil er ja der eigentlich große Held sein sollte und alle hassen ihn oder halten ihn für einen Verräter. Oder haben ihn für einen Verräter lange Zeit gehalten und sind sich immer noch nicht so sicher. Obwohl er ja der war, der alle mit Informationen versorgt hat. Also ich glaube, dass er, glaube ich, da einfach Balter einfach hasst. Ja, er will Rache. Ja. Wie alle anderen um ihn herum auch. Gut, aber letztendlich führt das dazu, dass dieser Zeuge auch nicht so wirklich glaubwürdig ist, beziehungsweise da fragt ja dann, wer ist der Anwalt? Jetzt habe ich es gerade vergessen. Neppkin. 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 Romo Neppkin. Pink Motor. Ne, egal. Der fragt ja, der darf ihn ja dann noch befragen und sagt einfach, keine weiteren Fragen. Weil er dann sagt, es steht sowieso Aussage gegen Aussage, es bringt nichts, wenn ich ihn jetzt noch was frage. Der Zeuge ist nichts wert, solange es keinen anderen gibt, der seine Geschichte... Genau, weil er, wenn er sich jetzt entschlossen hat, ihm zu lügen einfach, dann kann er da jetzt auch nichts dran ändern. Ja. Und gleichzeitig war halt sonst niemand da außer Balta und ihm. Deswegen steht Aussage gegen Aussage. Und dann kommt Apollos großer Auftritt als Alan Shaw im Gerichtssaal. diese Rede, die er dann hält, also das war, dass er dann sagt, da habe ich mir gedacht, dass er da auch in jeder Boston-Legal-Folge Alan Shaw so sagen können, dieses Plädoyer. Das war ein Alan Shaw-Plädoyer. Ja. Und das fand ich wieder sehr gut. Wo er mir ja in der ersten Folge nicht gefallen hat, aber hier fand ich ihn sehr gut. Hm, da platzt sein Nadelstreifenanzug fast aus allen Nähten so. Da hat er ja aber auch mehr aus dem Herzen gesprochen und jetzt nicht. Sein Herz wurde so groß. Bumm! Aber ich fand's auch wirklich gut und auch richtig, was er gesagt hat. Weil das hat man ja schon von Anfang an gemerkt, dass dieses ganze Trial nur darauf ausgelegt war, sozusagen eine Verhandlung zu haben, der Verhandlung wegen, es stand ja eh schon fest, was mit ihm am Ende passiert. Und er hat ja offensichtlich auch den Admiral überzeugt, der ja mit, nein, ohne Minenregung, sagt man das so? Keine Ahnung, ohne Regung der Mine, das irritiert mich, dass Mario nicht sagt, ohne jegliche Mine da sitzt. Weil er redet doch die ganze Zeit, hörst du ihn nicht? Nein. Hm. Es ist das Schiff. Hm. Er ist auch nicht rausgeflogen und chattet die ganze Zeit, oder? Weiß nicht, nur du kannst sehen, ob er blinkt. Ich schreibe ihn jetzt an. Ich hoffe, bis der Brief ankommt, dauert es aber. Ich schreibe jetzt alle Maßnahmen. Wir könnten es fuchsen. Genau, also wie er schon in den Zeugenstand gerufen wird, ist ja schon cool, weil das ja sehr unvermittelt ist. Das macht ja Lemkin dann einfach so und das ist auch offensichtlich, also ich habe mir das hinterher nochmal überlegt, dass es eigentlich, eigentlich kann das doch gar nicht gehen. Er sagt dann zwar, dass er sieben Präzedenzfälle kennt, wo das geht, aber er ruft jetzt einfach jemanden, der Teil der Verteidigung ist, als Zeuge auf. Das ist irgendwie komisch, weil die können sich ja vorher voll abgesprochen haben. Ja, wir nennen das die Adama-Verteidigung. Ja gut, das kannst du ja aber mit Zeugen auch. Das ist die Chewbacca-Verteidigung. Ja. So, allein das Argument mit vorher absprechen, das kann es ja nicht sein. Ja, aber es ist ja klar, dass er voll auf der Seite ist, der Verteidigung. Ja, er ist halt kein Neutrales Zeuge. Deswegen sind die eben alle empört. Und diesmal ist es aber umgedreht, diesmal sagt Adama, ich fände es gut, das jetzt zu hören. Ja, weil er seinen Sohn gerne leidend sieht. Weiß ich nicht. Wirklich, meinst du? Ja, am Anfang könnte es wirklich so sein. Seine Intention so, naja, jetzt will ich mal sehen, wie der Kleine das wieder ausbadet. Aber als er dann fertig ist mit seinem Plädoyer, ich glaube, dann ist der Vater stolz auf seinen Sohn. Mhm. Aber am Anfang hatte ich eher den Eindruck, dass er so denkt, naja, jetzt, er hat es angefangen, jetzt soll er es auch fertig machen. Kann sein. Genau, jedenfalls ist das ein sehr überzeugendes Plädoyer für mehr Gerechtigkeit und was alles schief läuft und was besser läuft. Na, überhaupt Gerechtigkeit, weil die ganze Verhandlung war ja alles andere als gerecht. Dass Balter als einzige Person angeklagt wird, während alle anderen diese präsidiale Amnestie bekommen haben, zeigt ja schon, dass das einfach nicht funktionieren kann. Aber er sagt ja dann auch, dass das aktuelle Rechtssystem, so wie es jetzt steht, nicht mehr funktioniert und dass sie das halt von Grund auf neu erschaffen müssen. Weil sie jetzt auch in einer neuen Welt, in einer neuen, ja, in einer neuen Menschheit leben. Ja, ich finde es ja geil, wie er halt sagt, we are no society, we are a gang. Ja. Gang on the run. Der spricht ja sogar nochmal die Olympic Carrier an, war das nicht in der ersten Folge dieses Schiff, was er abschießen musste? Das war halt das Schiff, was auf die anderen zugehalten hat. Ja, ich weiß nicht, ob es in der ersten Folge war, aber ja, das war das. Aber ziemlich am Anfang, ja. Wo sie dann dreimal gesagt haben, sie sollen abdrehen und dann haben er und Starbuck das Feuer eröffnet. Ja. Und ihm ist auch nichts passiert. Ja gut. Das war ja auch eine militärische Entscheidung. Okay. Ja, auf jeden Fall zieht sich danach das Gericht zur Beratung zurück. Ja. Und dann kommt das Gericht wieder hervor und hat sich beraten. Und dann geht's ab. Ja, weil sie sagen, nicht schuldig. Drei zu zwei. Wo ich auch dachte, ist das überhaupt eine eindeutige Mehrheit? Ja. Bei fünf? Ja. Mehrheit von einer Stimme. Ja, aber, also ist das eine, ne, es gibt hier, es muss zwei Drittel sein oder so. Also der Supreme Court in den USA, der fällt ständig Entscheidungen mit fünf zu vier. Echt? Ist ja unheimlich. Zum Glück haben sie keine gleiche Zahl. Das wäre doof. Als hätten sie es bedacht. Wir machen ab jetzt gerade Zahlen. Wir brauchen jetzt sechs Richter. Oh, schon wieder unentschieden. Na gut, nochmal. Bei uns würden sie es so machen. Nicht. Ja, und die Entscheidung fällt auf Freispruch. Vier zu fünf. Vier zu zwei. Ja, und alles rastet natürlich total aus, weil der Pöbel hatte ja schon die Fackeln angezündet. Und jetzt sagen die Leute, nö, heute wird keiner gehängt. Und dann muss Balter von den Marines vor den Zivilisten beschützt werden. War auch ein schönes Bild. Ja. Dieser eine Marine, der schubst richtig zärtlich eine Frau zu Boden. Ja, der... Und der kleine Adama gibt ordentlich eine Faust raus. Aber dann wird Balter natürlich sofort wieder arrogant und selbstgefällig. Auch das haben wir am Anfang der Folge gehört. Ach so, jetzt kommt... Ach so, erst mal sagt er noch zu den Deportern, meinst du jetzt? Nee, nee. Als er Adama beleidigt, niedermacht und Liedern sagt, pass mal auf, Junge. Irgendwann ist auch mal Schluss hier. Genau, überspann den Bogen nicht. Also der Unpuschel. Ich dachte auch, diese... Wie ein Fingerschnipp, dieser Charakterzugwechsel von... Ah, jetzt bin ich... Ich bin... Tot. Ah, nicht... Genau, ich bin nicht mehr angeklagt, ich bin freigesprochen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Also, alles ist jetzt wie früher. Ja. Ist es aber nicht. Und das merkt er dann ja auch direkt, als er sagt, ja, ich würde gerne auf eine Buchtournee gehen, da brauche ich noch so einen Verlagsanwalt. Nö. Wie er dann einfach alleine da steht und er hat ja nichts, wirkt nichts. Er hat ja nicht mal mehr ein Bett, zu dem er gehen kann. Ja, genau. Er steht ja einfach dann in diesem Flur oder in einem Raum, ich weiß gerade nicht mehr. Und er ist einfach nichts, wo er hingehen kann. Und niemanden an den sich wenden kann. Klamotten so in der Hand und wird dann noch im Gang von den Leuten so rumgeschubst. Und dann kommen aber irgendwelche Leute, die ihn aufsammeln. Irgendwelche jungen Augen. Ja, das kommt erst später. Das kommt erst dann, wenn der Strom ausfällt. Okay. Und er im Dunkeln steht und kurz davor steht, von irgendwelchen dunklen Gestalten umgebracht zu werden. Okay. Ich dachte auch so, als er mit der Kiste herumläuft, also für einen Gefangenen, oder im Vergleich zu den vorherigen Folgen, hat er plötzlich sehr viel Kram. Vorher hatte er ja nichts in dieser Zelle, außer eine Strommatratze. Er hat alles Lampkin für ihn geklaut. Und einen Stift. Apropos Lampkin. Lampkin sagt jetzt, wegen dieser Buchtour, nö, also hier scheint ja jetzt alles wieder okay zu sein in dieser Flotte. Ich gucke mich jetzt woanders um. Was meint er damit? Er sucht jetzt nach anderem. Genau, im Englischen meint er, meine sehr, sehr signifikanten Talente, die werden hier sicherlich noch woanders gebraucht. Ja, aber sagt er nicht in Another Fleet? Nee. Ich habe mich nämlich gefragt, was... In der Flotte. In der Flotte. Gibt es noch andere Leute in der Flotte. Die sind alle sympathischer als du, Kotzbrocken. Talente brauchen. Also ich hoffe ja, dass wir diesen Mann nochmal wiedersehen. Denn ich mag ihn einfach. Ja. Vielleicht auf dem Schwarzmarkt. Kann man ihn da kaufen? Nein, in der anderen Serie. Ist ja auch egal. Ach so, du meinst mit der Melone auf dem Kopf. Genau. Der Krawatte ohne Kragen. Er stellt ja dann auch seinen Stock hin, mit dem er die ganze Zeit hatte. Während dem Gerichtssaal, wo er sich draufstützen muss, den stellt er jetzt einfach in die Ecke und geht weg, wo man nochmal sieht, das war nur ein Schachzug, dass er den bei der Verhandlung hatte, offensichtlich. Ja. Er geht ja ohne zu humpeln plötzlich weiter. Ja. Es hätte nur noch gefehlt, dass er die so hoch springt und die Hacken aneinander haut. Und dann ist er weg. Ja. Und seine Katze war nicht mehr dabei. No. Moshi. Don't catch the cat. Ja. Ne, ich hatte gerade überlegt, ob es ein Kater oder eine Katze ist, aber es ist ja völlig irrelevant. Das stimmt. Ja, damit ist dann dieser, muss man sagen, lange Handlungsbogen jetzt eigentlich vorbei. Diese Gerichtsverhandlung, auf die es ja schon seit Folgen eigentlich zugelaufen ist. Ja. Und zwar mit einem Ende, mit dem man wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht gerechnet hat. Ich wusste auch tatsächlich nicht mehr, wie das ausgeht. Ich auch nicht mehr. Also ich wusste ja durchaus, dass Balter hinterher noch dabei ist. Aber der hätte sich ja auch irgendwie anders wieder rauswinden können. Das wäre ja auch möglich gewesen. Ja. Das stimmt. Das hätte er gekonnt. Und dann gibt es ja auch noch dieses kurze Gespräch mit Adama und Roslyn, wo sie ja erst realisiert, dass er auch mit nicht schuldig gewotet hat. Ja. Weil sie nämlich noch so fragt, konnten sie die anderen nicht umstimmen? Und dann, sie haben auch für ihn gestimmt. Und dann sagt er, die Verteidigung hat mich mehr überzeugt als die Anklage. Ja. Aber er sagt ja auch kurz vorhin, nicht schuldig ist ja nicht gleichzusetzen mit unschuldig. Genau. Weil sie sagt, er ist unschuldig. Das halt so zu hören oder so, das krempelt ihr echt die Haut um, sagt er. Und dann sagt er, was ja vollkommen richtig ist. Er wurde ja niemals unschuldig genannt, sondern es wurde ja nicht schuldig gewotet. Und dann kommen sie an. Und schuldig ist er ja auch nicht. Und lange nicht mehr. Dass Tom Sarac überhaupt nicht vorkam, fand ich ein bisschen schade. Der hätte auch noch irgendwas machen. Das stimmt. Der hätte gut in diese ganze Scharade-Sache reingepasst. Der war vielleicht nicht als Richter. Nee. Nee, das nicht. Wobei, er ist ja nicht immer noch Käpt'n von diesem Gefängnisschiff? Kann sein. Weiß ich nicht. Also theoretisch wäre es ja möglich gewesen. Ja. Aber wir sind noch nicht am Ende mit der Folge. Denn jetzt springen sie noch in diesen zylonischen, nein, ionischen Nebel. In den ionischen Nebel. Genau. In den zylonischen Nebel. Das hat Mario vorbereitet. Genau, Mario. Mario macht doch mal. Okay, also. Ja, sie springen rein. Und scannen erst mal das Gebiet mit dem Dreadis. Und das Erste, was sie entdecken, ist Roslyn, die einfach umfällt. Beziehungsweise die merkt, wie es ihr immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter geht. Und dann, ich weiß nicht, ob sie ohnmächtig wird oder ob sie einfach anfängt rumzuwackeln. Das habe ich nicht mehr im Kopf. Ich glaube, sie fängt einfach an rumzuwackeln. Und am Anfang will auch Adama ihr helfen. Aber dann gibt es Wichtigeres, weil dann ja auch irgendwie noch Alarm. Ja, dann geht ja das Licht aus. Genau. Die gesamte Energie auf allen Schiffen fällt aus. Was es nicht wieder angeht, ist einer tot. Alle stehen da. Und Ty hat ein Messer zwischen den Zähnen. Was ist passiert? Schöne Szene übrigens, als die Energie weg war und auch die Antriebe dadurch ausgefallen sind. Und dass die Schiffe jetzt gefährlich nah aneinander vorbeischrammen. Ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass irgendein Schiff auf ein anderes drauf. Ja, so Hollywood-mäßig. So ein bisschen wenigstens. Ja, ein bisschen. Ein bisschen so dran entlang schrammen. So ein bisschen so wie Blues Brothers mit den Autos. Oder irgendein kleines Zivilschiff, was einfach was auf die Galaktiker drauf fällt. Genau. So wie die Exekutor in den Todesstand. Ja, genau. Ja. Ja, leider. Kein Strom mehr, alles scheiße, kein Draydis, kein nichts. Also macht man das erst Beste. Und versucht natürlich die Raptors erstmal rauszupumpen, weil die anscheinend keinen Strom brauchen, um zu starten. Und ne, die Galaktiker hat doch Notstrom. Ja, Notstrom, ja, ja. Und Apollo dann im Nadelstreifenanzug. Mitfliegt, klar. Es sind sich eines Besseren seiner eigentlichen Bestimmung und Verantwortung. Aber auch hier ist Silix wieder dabei, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ich erinnere mich nur an eine Szene mit ihr in dieser Folge. Das war, als sie so ganz traurig Anders anguckt, weil sie merkt, dass er Sex mit einer anderen hat. Mit Tori. Stimmt, ja. Ach so, als sie reinkommt und sagt, warum war die Tür zu? Ja. Und dann merkt sie, warum die Tür zu war. Ja, ja, ja. Und während dem ganzen Theater und die ja versuchen, ihre Viper zu starten, hören unsere vier Leute ja wieder diese lustige Musik. Die immer, ja, deutlicher wird. Ding, dong, die er ist tot. Genau dieses Lied, Tim. Spielst du doch nochmal ein. Nein, da bekommt wieder das ganze Gerede vorher. Ich habe tatsächlich erst, als die sich da alle dann in diesem Raum finden und sich gegenüberstehen, ich habe erst da gemerkt, obwohl ich es eigentlich wusste, dass es ja nur vier sind und gar nicht fünf. Ich auch. Weil ich weiß ja sogar, wer der fünfte Zylon noch ist. Echt? Und trotzdem, ja. Ich glaube, ich auch, aber Jan weiß es vielleicht nicht, deswegen sagen wir es nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja, ich sage es ja auch nicht, aber. Gezählt und dachte, okay, und wer jetzt noch? Da fehlt doch noch jemand. Dann gehst du die Tür nochmal aus. Entschuldigung, ich bin dran. Kommt Bob Dylan rein. Ich bin drauf. Aber ich finde es wirklich eine interessante Entscheidung, dass sie da, ich habe, du hast ihren Namen gerade gesagt, Bender. Äh, Tori. Ja. Dass sie die da mit reingenommen haben, weil die ja so, die hat überhaupt keinen richtigen Charakter bisher bekommen in der Serie. Die ist ja noch völlig, also Anders ist zwar kein Hauptcharakter, aber der, der, den hat man ja schon so ein bisschen kennengelernt. Sie ist wirklich völlig blank. Das stimmt, das wundert mich eigentlich auch. Und, 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 Tai und, und den Chief. Für den Chief tut es mir, glaube ich, am meisten leid. Ja, weil er hat Familie. Dann gibt es doch jetzt schon das zweite Teil Zylon-Kind. Dann gibt es jetzt zwei Zylonen-Hybriden, genau. Ah. Die können sich fusionieren und die Robles vom Krebs heilen. Dann sind die super feilen. Vielleicht sind ja aber nur die, besonders die eine Zylonen-Mutter haben. Und vielleicht ist Kelly ja auch noch ein Zylon. Wir kennen ja auch noch. Dann wäre es ja kein Hybrid. Dann wäre es ja auch kein Hybrid. Aber das wäre noch viel krasser, wenn die Zylonen sich so fortpflanzen könnten. Die würden doof gucken. Aber das fand ich auch in dieser Folge, wenn, wenn die beiden ja wieder zurückkommen, also Anders und der Chief, der Chief, oder war es in der letzten Folge? Ne, in dieser Folge ist das ja. Wo der das vor sich hin murmelt und Anders meint, hä? Diese Musik, ich kenne die, oder war das letzte Folge? Auf jeden Fall ist ja egal, wie Kelly da auf dem Deck rumbrüllt und so weiter. Ich mag den Charakter irgendwie. Ich mag die. Weil ihr Mann eben gerade nicht da ist, macht sie die Aufgabe, alle Leute anzuheizen und die Viper-Piloten rauszuschicken und so weiter. Aber wo sind die denn dann letztes Mal rausgestiegen? Ach so, als der Raptor zurückkam mit der Warnung, dass sie verfolgt würden. Ja, genau, Racetrack und ihr Co-Pilot. Ja, sie treffen sich ja da irgendwie alle in einem Raum, wo sie hingelockt werden, wo die Musik dann herkommt, wo am lautesten. Die ja irgendwie nur aus ihrem Kopf kommt, wie wir jetzt erfahren, oder? Dann stehen sie ja in diesem Kreis und alle sehen sich an und wissen sofort, was los ist. Ja, das fand ich nicht sehr überzeugend irgendwie. Das fand ich sehr nicht sehr überzeugend. Ja, ich habe überlegt, fand ich das sehr komisch oder nicht sehr überzeugend? Da habe ich mich für nicht sehr überzeugend. Aber jetzt gerade fällt mir auch ein, die Szene, von der ich gerade gesprochen habe, die kommt danach, die war gar nicht letzte Folge, die kommt danach, wenn, weil jetzt sind Anders und der Chief ja wieder in einem Raum. Ja, du hast recht. Dann kommt ja jetzt, kommen die Zylonen hier rein, also die stehen da und plötzlich sagt der Chief ja, wir sind Zylonen. Wo ich so dachte, das ist der einzige Schluss, den ihr haben könnt, nicht, dass ihr irgendwie irgendwas gefluckt habt. Genau, dass ihr einfach einen kollektiven Dachschaden habt, dass es die Strahlung von diesem scheiß Nebel ist, auf die ihr irgendwie komisch reagiert. Nein, ihr seid Zylonen. Ja, oder Götter seid oder so. Oder Götter? Ja. Götter, Götter, hat er uns genannt. Wenn dich jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja. Ghostbusters. Und dann beschließt Tai, ich mache alles so wie bisher. Ich weiß, wer ich bin. Und geht. Genau. Und alle anderen machen es ihm gleich. Ja, naja, der geht halt mit Problemen um, wie sonst auch immer. Ignorieren. Ja, und eben, aber alle Folgen ist ein Beispiel. Ja, ich meine, es ist ja auch verständlich, dass sie jetzt vielleicht so fünf Minuten brauchen, um sich irgendwie mehrere Gedanken zu sortieren. Ah, ausgerechnet die Zylonen sind hinterher gekommen. Lass uns alle töten. Ah, super Mario, dann kannst du mir jetzt den Rest machen. Super Mario. Super. Ich muss mir erstmal ein Taschentuch holen, hier ist alles so glücklich. Alles in Ordnung, Mario. Wo warst du denn? Sorry. Ja, die Firma hat mich angerufen. Das fehlen Google Play Karten, Mario. Aber warum gehst du denn um die Uhrzeit noch ans Telefon? Du, wenn du auf der Chef-Ebene bist, hast du ranzugehen leider. Und das ist halt wie der Warte natürlich von einem. Aber es war eh total unwichtig. Aber irgendwie muss man den Mitarbeiter ausreden lassen. Hauptsache, du wirst bezahlt für die paar Minuten. Ja, wir haben auf dich gewartet. Wir müssen jetzt einfach am Anfang weitermachen. Am Anfang wieder, okay. Okay, also es geht um eine Vision. Nein. Was am Anfang? Die Zylonen wurden schon enttarnt. Haben sie jetzt enttarnt? Ja. Also quasi das letzte Drittel. Genau. Genau. Ach, die Zylonen wurden enttarnt. Die Zylonen, die letzten vier. Jetzt, okay. Okay. Es hat sich rausgestellt, dass es nicht wir vom Zylonen-Sender waren. Schade. Aber es hat ja noch einer von uns eine Chance. Yay. Hast du noch keinen Namen genannt jetzt? Doch, doch. Wir wissen die vier. Eh, doch. Okay, gut. Wir haben einfach die vier Stimmen hören. Und der fünfte ist ja noch unbekannt. Und man sieht aber immer noch nicht die Gestalten im Theater. Das kommt nicht mehr, oder? Irgendwann. Man sieht nur weiß leuchtende Bademäntel. So weiß leuchtend Donnerwetter. Genau, aber diesmal stehen die nämlich nicht bei diesen. Ich habe mich ja eben schon aufgeregt, dass da sechs Vorhänge sind und nicht fünf. Kann ich ja überhaupt nicht abhaben. Dass es fünf Zylonen und sechs Vorhänge sind. Aber jetzt stehen die ja gar nicht mehr da unten, wie das damals war, als es in dem Tempel war. Jetzt stehen die ja oben auf der Balustrade und gucken nach unten. Ja. Dann passt das wieder mit den sechs Vorhängen, finde ich. Und damit bin ich fertig. Sehr gut. Das heißt, du bist wieder zufrieden. Ja. Dann hat die Serie ja alles richtig gemacht. Ja. Und dann sieht man einfach nur noch so, wie die wieder in ihre Posten gehen. Tai kommt zu Adama und Tori kommt zu der Präsidentin. Präsidentin, ja. Und ich glaube, den Chief sieht man nicht mehr, ich weiß es gar nicht. Oh ja, der geht ja zum Hangar. Und der geht zum Hangar. Ja, es ist ja so, dass der Strom ja wiederkommt. Also, oder der Notstrom wiederkommt. Weil sie vorher irgendwie nur auf Batterie gearbeitet haben und die Notstromaggregate irgendwie nicht angesprungen sind. Und als die dann dann doch angegangen sind, ist das Dreddys ja auch wieder angesprungen. Und dann haben sie eben diese fünf, glaube ich, fünf Basissterne gesehen, die ihnen ins System gefolgt sind. Und ja, dann geht's halt ab. Genau. Aber wenn sie jetzt rausfliegen, sehen sie die gar nicht. Oder zumindest der Zuschauer sieht die nicht. Also, mir ist noch nicht so ganz klar, ob die jetzt überhaupt da sind oder nicht. Oder sehen wir die einfach nur nicht als Zuschauer? Wir sehen die noch nicht als Zuschauer. Okay. Am Ende werden die ja gezeigt. Ach ja, bei diesem Zoom, ne? Ach so, genau. Das ging mir zu schnell. Hättest du auf langsam drücken können. Ja. Den fand ich aber ziemlich cool. Die Kamera zeigt uns jetzt gerade den Weg. Quasi? Ja. Immer geradeaus. Kurz ein, warum überhaupt? Genau. Mach du das doch mal, Jan. Genau. Ja, Nadelstreifen Adama fliegt ja auch mit der Viper raus und sieht dann irgendwas auf seinem Dreadis. Einen kleinen Blobs, wo Unknown dran steht. Und dann sagt er, ah, da fliege ich hinterher. Und gesagt, getan, fliegt er ein bisschen durch die Nebelschwaden. Und dann sieht man immer wieder an seiner Viper so ein anderes Flugzeug vorbeifliegen und plötzlich kommt dann eben, ja, wie Ben eben sagte, die MK2, nicht wahr? Mhm. Viper neben ihm und da drin sitzt fucking Starbuck. Und nicht Kate. Nee, auch nicht Cat. Ach, verdammt. Er hat schon gedacht, er macht es ein bisschen. Ja, ich war wieder voll für den Arsch. Ähm, ja, und dann sagt sie, flipp jetzt nicht aus, weiß, ist ein bisschen komisch, aber ja, ich bin's wirklich und äh, ich kenn den Weg zur Erde. Alle, ich war da, hab keine Angst, so, so fürchtet euch nicht. Ich bringe euch Friede. Ich bringe euch Friede. Friede. Recht in die Beine. So war das. Ja. Genau so und nicht anders. Und dann schlägt die Musik ein. Aber voll. Genau, dann. Ja. Denn dann erkennt man, dass das Thema, was man da die ganze Zeit schon so angespielt gehört hat, sich entwickelt zu, tatsächlich, wir haben es ja schon gesagt, all along the Watchtower. Ja, aber das weiß man ja schon vorher. Weil sie auch ab und zu mal schon so Phasen daraus rezitiert haben. Ja, genau. Ja, aber so wie jetzt hat er das noch nicht gehört. Genau. Nein, das stimmt. Aber wenn man den Text ein bisschen kennt, dann weiß man, die sagen alle eine Zeile aus dem Lied und dann gehen sie in Richtung, ja, dieses Raum ist, wo sie sich treffen. Aber beim ersten Mal habe ich das nicht erkannt, dadurch, dass sie das gesagt hatten. Ich auch nicht. So. So. Hat halt nicht jeder erkannt. Ja. Aber jetzt wird es nämlich klar, weil jetzt wird es nämlich gesungen. Sogar. Ja. Das ist jetzt nicht nur die Melodie, sondern... Und währenddessen kriegen wir die Kamerafahrt, von der Mario erzählt hat, die ja erstmal so ein bisschen rauszoomt. Man sieht die Galactica, die zivile Flotte, die Viper, dann auch die Zylonenflotte, die schon relativ groß ist. Und dann geht es ja immer weiter raus, dann sieht man erstmal den Teil der Galaxis. Und dann das Auge der Katze. Genau, wo das alles stattfindet. Und dann zieht die Kamera plötzlich in eine andere Richtung und zoomt immer näher, immer näher, immer näher, immer näher. Bis wir einen uns bekannten gelben Stern sehen und in seiner Nähe eben die Erde. Unsere Erde. Und ist sie flach oder rum? Was man tatsächlich daran erkennt, dass es die gleichen Kontinente sind, die wir kennen. Naja, es zoomt ja natürlich nur auf Nordamerika. Ja, das ist das Einzige, was zählt. Was man sieht. Das ist halt der wichtige Teil. Man erkennt, ob es da ist oder nicht. Ja, sonst würden die amerikanischen Zuschauer ja nicht erkennen, dass die Erde... Die kennen halt nur diesen einen Kontinent. Ja. So wäre was. Da lachen wir. Ja, ist aber leider so. Ja. Ich glaube schon, wüsste... Du ahnst nicht, wie oft Austria mit Australia verwechselt wird. Ist aber auch scheiße, das mache ich auch ständig. Ja, das nervt mich hier auch in Österreich. Siehst du? Ja, es kommen immer Leute vorbei und wollen eure Krokodile sehen. Was hast du denn damit zu dem Mario? Ja, ja. Hey, Herr Mario, zeigen Sie uns Ihre Krokodile und Spinnen. Was? Du behindertest, habe ich gefragt. So viele Leute glauben, die sind in Australia, wirklich. Und dann sagen sie das auch. Und dann sagen sie immer, was, was laberst du denn? Das ist schon peinlich irgendwie. Was? 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 Was ist Touristen? Ja, da erzählt sie zu Hause. Boah, in Österreich ist das unhöblich. Dann sagt er, was laberst du denn? Die reden so ein komisches Englisch. Okay, das tun die Australier auch, aber egal. Hey, what are you laboring? Oh Mann, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte auf die Psydole mal zurückkommen. Auf die Vier. Ja, auf die Idole. Auf die Vier Idole. Ich weiß nicht, ob ihr schon drüber gesprochen habt. Wie fandet ihr eigentlich jetzt so diese Enthüllung? Habt ihr drüber gesprochen? Was meinst du denn mit Idolen? Psylonen. Psylonen. Das war so der Band jetzt, was gesagt hat. Das stimmt doch gar nicht. Jetzt hört er auf, mir die Schuld zu gehen. Ach gut. Ja, wie fanden wir denn die Enthüllung? Ach so, das war ja eigentlich, wenn man es noch nicht kannte, ein riesen Ding. Ja, ich fand es, wie gesagt, ja, nicht so überzeugend. Aber kannte, du wusstest es jetzt aber auch schon, oder? Ja, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, so die letzte Folge, die ich gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, warum ich das danach nicht weitergeguckt habe. Den fünften kennst du noch nicht. Nee. Aber so richtig überzeugend toll finde ich das nicht, wie es gemacht wurde. Meint ihr jetzt die Art und Weise, wie es gemacht wurde, oder die vier, die ausgewählt wurden? Wie es gemacht wurde. Nee, die Art und Weise, wie es gemacht wurde. Ja. Weil, also beim ersten Mal schauen, da war ich ja damals ja auch total buff eigentlich. Ich hätte mir das ja nie zusammengereimt eigentlich. Auch wenn du jedes Mal die Oper gesehen hast und die vier Gestalten um am Balkon da, ja. Aber, aber es war einfach dann, jetzt beim zweiten Mal schauen, denke ich mir so, eigentlich Urfahrt rübergebracht. Wo einfach dann nur so der Chief sagt, ja, wir sind Zilonen. Und ich so, hä? Ehrlich, ich weiß nicht. Da fehlt irgendwie so ein Stückchen, finde ich, als hätte man irgendwas rausgeschnitten. Ich fand's gut. Ich weiß nicht. Ich könnte mir halt vorerst auch nochmal vorstellen. Es ist halt, es ist halt eine Dramaserie. Das war aber nicht Drama. Das war, das war. Doch. Natürlich, das war die ganze Zeit dieses Musikding und dann finden die sich alle in diesem Raum und ich fand das, ich fand das dramatisch. Ich fände es halt sehr von jetzt ad hoc gemacht, in den letzten zwei Folgen der Staffel. Also, ich wünsche mir jetzt gerne noch eine Erklärung, warum sie zu diesem Zeitpunkt auf einmal aktiviert wurden. Kommt ja vielleicht noch. Gibt ja noch nicht. Ja, hoffentlich mal. Stimmt schon, man hat so rückblickend in den Folgen davor ja wirklich gar nichts in die Richtung erfahren. Außer, dass wir schon mal das mit dem Tempel gesehen haben. Ja, ja, nee, aber dass es gerade diese vier sind, meine ich. Dass man jetzt so sagen kann, ach ja, der hat sich dann und dann so verhalten, ist ja klar oder sowas. Aber das hatte ich hier überhaupt nicht. Und auch wenn du jetzt so nachdenkst, die letzten drei Staffeln so rückblickend anschaust, es gab auch irgendwie so Anzeichen oder sonst irgendwas, finde ich. Ja, das finde ich jetzt aber auch gar nicht widersprüchlich. Eh nicht, nein, nein, eh nicht. Ich fand's ja eh gut. Weil die waren ja nicht als Zölon unterwegs und von daher müssen die sich auch gar nicht verdächtig verhalten haben. Nee, nicht, sondern dass es vielleicht für den Zuschauer einfach so schreckte Hinweise gibt. Ich finde das immer ganz nett, wenn sowas am Ende aufgeklärt wird und dann so wie bei Star Trek Discovery am Ende der ersten Staffel diese große Enthüllung kam. Und dann wurden ja nochmal diese ganzen Rückblicke gezeigt, die einem schon am Anfang hätten ein bisschen was verraten können. Von dem Käpt'n. Ja, genau, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja. Genau, dass man da, wenn man so ein bisschen aufpasst und zusätzlich noch dieses Wissen hat, das man aber natürlich erst später bekommt, dass man es auch vorher schon hätte merken können. Und sowas finde ich immer total spannend. Das war ja, das ist doch alles, worauf Sixth Sense auch. Wollte ich gerade sagen, du kannst den Film eigentlich direkt nochmal gucken, wenn du ihn zum Ende gesehen hast, kannst du ihn direkt nochmal gucken. Ja, ja, sowas finde ich immer total klasse, weil man dann erstmal merkt, wie viel einem auch quasi durch die Lappen gegangen ist beim ersten Mal. Genau, das ist halt hier nicht angelegt so, das ist halt anders konzentriert. Ja, finde ich halt schade, aber finde ich legitim. Hier bei dem Film war das doch auch so mit dem, ich kann mir den Namen nie merken, mit den beiden aus Star Wars und der KI. Der Film mit den beiden aus Star Wars. Isaacs und der, ihr, mit der KI in dem Haus. Ach, ja, mit ihr Alisha Vikander. Ja, genau. Ex Machina, den kann man sich hinterher auch nochmal direkt angucken, wenn man den gesehen hat, finde ich. Mhm, ja, genau. Den beiden aus Star Wars. Habe ich auch gemacht, also am nächsten Tag. Du hast ihn zweimal hintereinander geguckt. Am nächsten Tag habe ich den nochmal geguckt, ja. Nicht schlecht. Ich mag den auch, finde ich gut. Und dann, dann sieht man den wirklich, ich finde, dann sieht man den wirklich mit ganz anderen Augen, wenn man mehr weiß. Mhm. Das war halt hier nicht so angelegt, aber ich glaube. Also finde ich es schade, weil ich bag einfach dieses Gefühl, aber ich finde es auch nicht schlimm, dass sie es nicht gemacht haben. Also ich glaube, dass es beim ersten Mal schon ein Riesending war, als ich noch nicht wusste, wer das jetzt ist, dass die jetzt hier enthüllt werden. Und das war jetzt halt diesmal bei mir auch nicht mehr so. Wobei man ja wirklich... Ich fand es geil damals. Ja. Aber man kann ja wirklich dazu sagen, eigentlich war es doch auch egal, oder? Wer es jetzt ist. Ob es jetzt die vier sind, ob es vier andere sind, ob es zwei von denen und zwei andere sind. Und glaube ich es jetzt aber auch nicht, weil gerade Tai und der Chief, also die zwei, sind ja doch viel wichtiger, glaube ich, für die Fans, als jetzt Tori oder Enders, finde ich jetzt. Und ich glaube, bei Chief und bei Tai, da hast du dann eher so Leute, glaube ich, oh, was? Und bei den anderen beiden, ja, okay. Die sind okay. Tai finde ich am interessantesten tatsächlich, weil sich da am meisten draus entwickeln kann, finde ich. Ja, weil er war ja auch immer der lauteste Kritiker der Zylon. Und viele haben ja immer Angst gehabt, ob Adama ein Zylon ist im Vorfeld. Ja, können sie jetzt... Kann ja noch einer sein. Genau. Glaubt ihr, dass sie schon von Anfang an gewusst haben, dass es die sein werden? Oder haben sie ihre Entscheidung irgendwie geändert? Ich glaube, das kam. Die haben das vorher nicht gewusst. Nee. Also nicht mit der ersten Schlafzimmer. While they walked along? Sie wussten nicht mal, dass es diese Tori geben wird, denke ich. Ja. Na, mit der zweiten Schlafzimmer, nur weil Billy den Vertrag nicht verlängert hat. Ja, eben, richtig. Das heißt, es hätte natürlich auch Billy sein können. Und sie haben es dann einfach umgeschrieben. Super, vier Männer. Ja, aber ach was, die haben das natürlich nicht gewusst. Das war halt eine coole Idee mit diesen mysteriösen, unbekannten Zylonen. Und ich glaube, du kannst das dann auch halt... Da kümmern wir uns dann später drum. Vielleicht kennen wir den fünften Zylonen ja schon. Schauen wir den fünften Zylonen ja schon. Vielleicht kennen wir den fünften Zylonen ja schon. Ja, nein. Ich meine, ich meine, grundsätzlich... Ich glaube nicht, dass die jetzt in der vierten Staffel noch einen einbauen. Da gibt es diese mysteriösen, unbekannten Zylonen, die nicht mal die anderen Zylonen kennen. Und zwar einfach eine coole Idee. Und dann irgendwann musst du halt ran. Das ist wie, wenn du Leute auf einer geheimnisvollen Insel abwirfst. Irgendwann musst du halt auch mal so ein bisschen gucken, was jetzt hinter der Luke ist. Genau. Ich wollte nur sagen, mir ist gerade eingefallen, es gibt eigentlich eine ganz logische Person, die der fünfte Zylonen ist. Jetzt auf Basis der drei Staffeln, die wir bisher gesehen haben? Auf Basis genau dieser Folge. Okay, dann sag es doch einfach. Ja, Starbuck. Weil sie zurückgekommen ist. Das ist ja verrückt. Weil sie die Musik auch gehört hat. Ja, genau. Aber ich glaube, ich dachte es auch damals eigentlich. Ich glaube. Ich glaube, Tim glaubt das immer noch. Ich glaube, das kann man auch denken, oder? Also da spricht überhaupt nichts dagegen. Und das ist ja auch... Das ist ja legitim, ja. Klar kann man das denken. Ich glaube es nicht. Weil ich es dann irgendwie so... Das finde ich irgendwie zu offensichtlich. Aber meistens sind es dann die offensichtlichen Sachen, die es doch sind. Aber dass sie eben jetzt zurückkommt zu diesem Zeitpunkt und dann sagt, ja, hier bin ich, alles cool. Denke ich, nein, sie ist nicht der fünfte Zylonen. Aber was denkst du denn, wer es ist? Da habe ich keine Ahnung. Ich meine, hätte ich das vorher nicht gesehen, dann hätte ich auch nicht gedacht, dass es diese vier Charaktere sind. Rate, rate. Warum soll ich denn jetzt raten? Damit wir uns hinterher über dich lustig machen können. Ja. Roslyn. Hahaha. Oh. Können wir... Muss ich gleich wieder niesen. Frustniesen. Aber sie hat doch Krebs. Zylonen können doch gar nicht krank werden. Das denkst du. Nanomaschinen, die außer Kontrolle geraten. Na gut. Riesen Cliffhanger. Erstens, was ist mit Starbuck? Und zweitens, wer ist der fünfte Zylonen? Ich glaube, was ist mit Starbuck, ist noch der größere Cliffhanger. Wieso ist Starbuck wieder da? Und warum gibt es nur einen Kontinent auf der Erde? Hahaha. Der war auch ziemlich braun. Ziemlich schlacksturm. Ja, passt dazu, Amerika, ne? So ist halt die Zukunft der Erde nach dem Klimawandel. Alles verdauert. Meinst du, das ist in der Zukunft? Nein. Ich glaube auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein Jahr Null. Das hat's begonnen. Ja. Ja. These ist schon dort. Ach, die kommen auf der Erde an den Bauern der Pyramiden. Ach, und Balter ist Jesus. Ja, offensichtlich. Ja, so wie eben schon die Zeit über Kopf geschmissen wird. Und zweitens zum Pyramid spielen. Und Balter ist Jesus, genau. Ja, sieht auch aus. Vor allem mit der Decke über dem Kopf. Ja, dann wird er von den drei Frauen gerettet, stimmt. Von Maria, Magdalena und? Maria. Paula. Ach so. Paula. Und Josef. Ich will mitmachen. Mama, warum hast du mich eigentlich Josef genannt? Hat der Bund Josef. Und von Reg. Den Witz kapiere ich nicht. Ich jetzt auch nicht. Lebend Brian, Mann. Okay. Und Loretta. Jetzt? Und Loretta. Ja, doch. Okay. Ich möchte, dass ihr mich... Loretta. ... nennt? Loretta. Gut. Bewertung. Dann fängt diesmal am besten der Phil an. Nee, das geht ja nicht. Der muss aufhören, oder? Ich muss aufhören. Ja, Ben muss aufhören. Ben muss aufhören. Immer noch verwirrt. Ich versuche mich jetzt gerade zu... Ihr kamt mir jetzt alle so ziemlich negativ vor. Ich fand das immer noch... Ich fand das immer noch ein gut inszeniertes Finale. Mich hat auch immer noch die Inszenierung mit diesem Song... Ich finde die Idee immer noch gut, die Aktivierung über diesen Song zu machen, weil der auch so völlig fremd ist zu dem, was es sonst bisher in der Serie so an Musik gab. Weil das passt ja gar nicht in diese Kultur, die wir da bisher mitbekommen haben. Und ja, mich hat das immer noch die ganze Zeit gepackt, da zuzuschauen. Genauso wie auch die Gerichtsverhandlungen, der Freispruch von Walter, der große Auftritt von Apollo, die Verabschiedung von dem Hübschen. Ich war Anwalt da, ich hatte das die ganze Zeit. Ich war gut dabei. Nicht fehlerlos, also jetzt keine 10-Punkte-Folge, aber ich war die ganze Zeit hier echt... Wäre es nicht so warm, könnte ich bestimmt noch trollere Worte dafür finden. Ich gebe einfach saubere 8 Punkte. Okay. Dann Mario. Zum Teil stimme ich dem viel zu. Eigentlich war das ein echt gutes Finale. Ich fand den Prozess eigentlich ziemlich cool. Den hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Ich wusste natürlich dann, wie es ausgeht. Das habe ich gewusst. Ich wusste auch schon, wer natürlich diese letzten, also die vier Zylunter sind. Aber Phil hat eigentlich schon recht, wie man an die Sache herangegangen ist, war schon ziemlich cool. Das Einzige, was mich nur gestört hat, war, das kam so abrupt einfach. Jetzt, in der Folge, müssen wir einfach jetzt schauen, dass wir die jetzt einführen. Und vorher gab es nie irgendwelche Hinweise, wie es der Ben eigentlich schon vorher gesagt hat. Das stimme ich ihm ja nämlich auch zu. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Der Cliffhanger war, finde ich, ist ein Wahnsinn. Ein echt cooler Cliffhanger. Ich gebe der Folge neun Punkte. Ja, ich schließe mich so den Bewertungen an. Also ich bin da auch nicht negativ. Mir hat die Folge wesentlich besser gefallen als die letzte. Immer die Frage, bei einer Doppelfolge ist die Spannung natürlich mehr auf die zweite Folge ausgerichtet. Aber mir hat auch, wie gesagt, die Gerichtsverhandlung hier nochmal besser gefallen. Diese Rede von Apollo im Zeugenstand. Ich habe ja eben schon gesagt, Alan Shore, wer es nicht kennt, Boston Legal. Alan Shore alias James Bader hält in jeder Folge im Prinzip so eine Rede. Und ja, fand ich sehr gut. Und auch diese Zilon-Geschichte fand ich gut mit dem Auflösen jetzt dieser letzten fünf, die sich ja, die ja zumindest irgendwann Anfang der dritten Staffel mal eingeführt wurden, dass es diese letzten fünf gibt. Und das hat sich jetzt eben so lang über den Bogen hingezogen und wird am Ende der Staffel aufgelöst. Also da gibt es gar nichts gegen zu sagen. Ich habe der letzten nur sechs Punkte gegeben. Der hier gebe ich auch acht. Also da ist noch Luft nach oben. Es gibt Folgen schon, die gefallen mir besser. Auch Einzelfolgen, die gefallen mir besser. Aber schönes Staffelfinale. Und ich glaube, wenn ich die jetzt zum ersten Mal gesehen hätte, würde ich dir wahrscheinlich auch einen geben. Und gebe ab zu Jan. So ziemlich alles, was er gesagt hat. Ich finde, das ist eine runde Folge zusammen vor allem mit der vorigen. Also hier kannst du schön zusammen auch als eines sehen, wo die zweite Folge die Spannungssteigerung der ersten Folge ist. Und alles in allem, gebe ich dir auch acht Punkte. Und ich finde es auch schön, wie eben jetzt nicht nur die Neuerung der fünf Zylon ist, sondern direkt vor Staffelende jetzt aufgelöst wird, was mit Balthas Verhandlung ist, aber direkt neu angeknüpft wird. Was macht denn der jetzt in der Zukunft? Und das auch sehr interessant zu sein scheint. Okay, dann die Bewertung, die wirklich gilt, gibt dann Ben ab. Hä? Weil du der Letzte bist. Ach so. Das letzte Wort bleibt immer hängen. Das erste und das letzte. Das dazwischen ist egal. Das, was ihr sagt. Nein, ich mag die Folge. Ich mag die Folge wirklich sehr. Also ich habe ja eben auch schon gesagt, dass die Auflösung der Zylon, und ich finde es zwar schade, dass es halt nicht so mit diesem typischen hättet ihr vorher besser aufgepasst, hättet ihr es vorher gemerkt, System funktioniert hat. Aber das macht das, was sie gemacht haben, ja nicht schlechter. Ich mag das andere einfach nur lieber. Von daher hat das für mich auch keine negativen Auswirkungen. Ich finde immer noch den Monolog von Lee oder von Apollo großartig. Auch weil ich, auch seiner Meinung war, schon relativ früh am Anfang der letzten Folge, dass das Ganze quasi nur Show war und dass Balter eigentlich für alle nur den Kopf hinhalten sollte. Ähm, neun Punkte. Alles klar. Dann letzte Worte. Gleiches Spiel, gleiche Richtung. Viel fängt an. Stromausfall. Mario. Drei Engel für Balter. Okay. Ich sage, gibt es keinen Ausweg. Ben, Jan, Jan. Schon wieder. Ähm. Sehr laut heute. I'm back. Sagt der Starbuck. Nein. Keine Ahnung. Ich bin heute nicht kreativ. Aber Ben. Not guilty. Was? Oh, ist das laut. Not guilty. Damit, äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Die Musik ist heute noch. Wenn wir nur noch hören können. Hört ihr die Musik auch? Ja, das muss im Schiff sein. Es ist im Schadamten Schiff. Oh mein Gott. B bitte. Ciao. Ciao. Mach mal lauter, ich höre nichts. Tschüss. Tschüss. Ich mag die Musik. das Lied. Das musste jetzt so laut sein. Ich habe doch den Fakt gepostet, dass das der Bruder von Bear McCrary ist, der das singt. Der das gesungen hat, ja. Ja. Das war ein Zitat. Du darfst ihn da nicht, ähm, das darfst du ihm nicht übel nehmen, er hat nur jemanden zitiert. Adolf Hitler. Jetzt kommst du wieder mit dem Hitler. Ach, na dann. Wieso, war er nur ein Zitat? Abraham Lincoln. Verdammte Franzosen. George Washington. Obwohl würde das da nicht sogar passen? Wann haben die nochmal in den USA rumgekämpft, die Franzosen und Engländer? Vor Hitler. Ja, aber Washington passt, oder? Ja, was? Washington nicht? Washington passt. Ja, Washington passt. Unabhängigkeitspräck. Aber da haben doch die Franzosen den Unabhängigen geholfen, oder? Ja. Dann sagt der ja nicht, verdammte Franzosen. Das sagt der bestimmt doch. Doch, weil die wollten das alleine machen. Wir hatten nämlich einen ganz anderen Palam. Ja, natürlich. Der wollte einen Kirschbaum fällen. Weiß wieder niemand. Wir wissen auch die wenigsten. Bin ich da. Wer gesagt hat, ist modern. Nein? Weiß nicht. Bei Deus the Tentacle war das so. Da musste man den Kirschbaum fällen mit George Washington. Hat er in der Zukunft im Weg gestanden, ne? Genau. Da hing Laverne dran, glaube ich. Aber es ist tatsächlich ein ganz anderes Raumklima, wenn ein Ventilator an ist. Selbst wenn der nicht mal direkt einen anpustet. Ist auch ein anderes Raumklima, wenn du eine Klimaanlage anhast. Das stimmt. Aber das habe ich nicht. Ich auch nicht. Weil ich bin arm und kann mir keine leisten. Außerdem geht das ja gar nicht. Da muss man Löcher durch die Wände bohren und sowas. Und sowas kann ich schon mir nicht leisten. Oder du hast so ein Ding, was du aus dem Fenster hängen kannst. Toll. Und dann kommt die ganze Wärme durchs Fenster rein. Nein. Dann gibt es doch so. Wie so ein Sack. Das kannst du dann quasi um die Fensteröffnung machen. Damit quasi nur das Rohr rausguckt. Weißt du was? Das überzeugt mich nicht. Das funktioniert aber. Sagt das Internet. Okay. Oh. Bei GOG gibt es Stellaris. Das habe ich schon. Ich auch. Mit allen DLCs. 75%. Das ist gut. Auf das Hauptspiel und DLC. Ancient Relics. Ich habe es ja noch mal. Ich weiß gar nicht, ob ich Ancient Relics schon habe. Das ist noch nicht raus. Ach so. Da steht neu. Dann ist das wohl jetzt raus, oder? Nee, das kommt am 11. Ach, das steht auch. 45 Stunden noch. Da ist ein Countdown. Was? In zwei Tagen schon? Steht hier. Da muss ich das ja auch bald kaufen. Aber ich habe das Spiel in Steam. Da bringt es mir, glaube ich, nichts, wenn ich das in GOG, das Add-on kaufe. Würde du was bringen, wenn du es direkt bei Paradox über den Store kaufst. Ja. Heute. Oh mein Gott. Also bei Steam kannst du es jetzt schon kaufen. Veröffentlichung 4.6. Ähm. Was? Hier bin ich. Der DLC ist schon raus. Seit heute. Ah. Bei Steam kannst du den jetzt kaufen. Veröffentlichung 4.6.2019. Ah, hier steht auch bei dem Countdown, steht auch Zeit übrig. Also so lange gilt dieses Angebot noch. Du bist ein Held, weißt du das? Du hast doch behauptet, das gäbe es noch gar nicht. Ja, habe ich ja auch. War ja Bullshit, weiß ich selbst. Ja. Ich will jetzt schnell kaufen und runterladen. So lange dürfe ich nicht aufnehmen. Also nichts Wichtiges, sonst ruckelt meine Übertragung. Und Surviving Mars ist auch im Angebot. Das habe ich ja schon. Und Grim Dawn, das kenne ich nicht. Das brauche ich ja nicht. Pathfinder Kingmaker habe ich mir schon immer mal überlegt, ob ich das kaufen soll. Das ist so ein Rollenspiel von Schreck oben. Ach so, isometrische Perspektive da. Feldersgate. Ja, genau. Bestes Rollen. Isometrisch. Iiii? Isometrisch. Wieder da. Wieder da. Jan war weg. Du isst doch was. Ja. Ein Download aktiv. Aber nur in der Sendepause. Into the Breach finde ich übrigens gut. Kennt ihr Into the Breach? Nein. Das ist sozusagen der Nachfolger von FTL. Aha. Also von denselben, die auch FTL gemacht haben. Ja. Da spielst du so Mechs. Die kannst du ausrüsten nach den Missionen und musst immer neue Alien-Invasionen abwehren. So ein bisschen wie XCOM. Ja, genau. Dass du hast so ein Feld mit Quadraten und kannst genau wie bei XCOM haben die verschiedene, können verschiedene weit laufen und haben verschiedene Fähigkeiten. Nur, dass halt so eine Map nur so fünf bis zehn Minuten dauert im Gegensatz zu XCOM. Aber es kostet auch hier gerade nur 6,79 Euro. Also so zwischendurch ist das ganz nett. Aber auch sehr schwer. Also ich habe ja jetzt das Stellaris-Ding gekauft. Ich kann jetzt nicht noch mehr kaufen. Ich sage es ja nur. Ich habe auch nochmal Frostpunk gespielt. Aber Achtung, mit Frostpunk werde ich nicht warnen. Warum machst du nur gute Witze, wenn wir offline sind? Ich nehme das alles auf. Ah, sehr gut, sehr gut. Ich spiele Stellaris. Könnt ihr die andere Folge ohne mich aufnehmen? Nein. Das ist nicht möglich. Firewatch gibt es auch für 75 Prozent. Das war gut. Ja, fand ich auch. Habe ich auf dem Playsee gespielt, ja. Ach so. Das dauert auch nur so fünf Stunden oder so, gell? Oder vier. Ja. Ja, es war auf jeden Fall nicht lang. Gibt es auch hier tatsächlich jetzt für 5 Euro. Der neue Surviving Mars DLC ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Wo man den Mars jetzt terraformen kann. Den habe ich noch gar nicht gespielt. Ist das First Colony Edition? War da der Season Pass mit dabei? Dann ja. Das weiß ich nicht. Guck doch einfach mal, ob du es runterladen kannst. Ich habe gerade kein Steam auf. Ach so. Das schränkt es ein. Also bietet schon einiges. Du musst dann wirklich getrennt, ähm, Luftfeuchtigkeit, äh, Wetter, also Atmosphäre, die Bodenzusammenstellung musst du, das musst du alles getrennt machen. Das musst du auch einigermaßen gleichmäßig ansteigen, damit es nicht zu, damit das System nicht kippt und so. Also die haben sich echt viel Mühe gegeben. Und das bezieht sich dann auf den ganzen Mars? Ja, auf deine Karte, die du halt hast. Ja, ja, klar. Genau. Okay. Und das ist dann so das Endziel von dem Level, oder wie? Ja, das Spiel hat ja generell eh kein, wie quasi jedes Paradox-Spiel kein Ende. Ja, aber das Surviving Mars finde ich aber cool, dass es diese Story-Elemente da drin hat, diese zufälligen. Ja, das stimmt. Diese, diese, nicht Krisen, sondern ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Endgame-Szenarien oder wie auch immer. Mysteries, genau. Mysteries. Die Mysteries. Da war das Erste, da war ich erst mal total überfordert, weil das so richtig mit Kampf war. Da haben sie mir irgendwie so ... Ach, mit diesen Rovern? Das mit den Rovern, genau. Ja, das hatte ich auch einmal. Das habe ich dann nur noch irgendwie, ganz knapp habe ich das noch geschafft, weil ich mit Raketentürmen und so. Du konntest die Rover auch, glaube ich, einnehmen, gell? Ja, konntest du. Und dann reparieren und dann selber einsetzen. Ja. Ja, mein erstes Mystery war das mit diesen Erinnerungen an diese alte Spezies, wo du den Mars dann auch mal in grün gesehen hast. Ach nee, dann kenne ich das noch nicht. Ich kenne das mit den Kristallen. Die Leute sind dann immer umgekippt, quasi eingeschlafen und haben dann von einer anderen Spezies geträumt, die vorher auf dem Mars gelebt hat. Und dann hat der Mars auch immer so grün geschimmert. Also auch deine komplette Karte sah dann so aus, wäre der Mars quasi grün. Ich habe erst gesagt, das wäre ein Grafikfehler auf meinem Fernseher. Weil das einfach mittendrin anfängt. Du spielst ganz normal und plötzlich fängt das Rot an, grün zu werden. Mhm. Und du weißt gar nicht, was passiert. Und irgendwann fängt es dann an mit diesen Rückblicken und mit diesen Erinnerungen und so. Das ist echt cool gewesen. Ach ja, Paradox macht schon geile Schuhe. Ja, das muss ich irgendwann auch nochmal spielen. Mit Surviving Mars bin ich gar nicht warm geworden. Das hast du ja auch zurückgegeben, oder? Das habe ich ausprobiert und zurückgegeben, ja. Okay. Ja, hat mir keinen Spaß gemacht. Ich mag ja sowieso generell Spiele, wo man Rohstoffe die ganze Zeit hin und her transportieren muss und das optimieren muss. Ja, dann ist Frostpunk tatsächlich nichts für dich. Genau. Weil hier wird ja quasi das Bau-Layout ständig vorgegeben. Mhm. Ja, das mag ich. Ich mag beides. Ich mag gerne, wenn mir alle Möglichkeiten aufstehen. Wenn ich es so mache oder so. Ich fand auch dieses Schlacht um Mittelerde voll gut, wo dir die Gebäudeplätze immer vorgegeben wurden. Stimmt, wo die Basenplätze vorgegeben waren. Ja. Ich mochte den zweiten auch nicht, weil du da alles selber bauen konntest. So ging es mir auch. Aber vor allem im Multiplayer war das ja so. Im Singleplayer war das ja gar nicht so. Im zweiten musst du auch die Mauern von Hand ziehen. Das fand ich furchtbar. Bäh, Mauern zieht. Nee, also mit dem, mit der Engine war das echt eine Qual. Ja, es war auch nicht so gut. Also es hat nicht so gute Multiplayer-Spieler ermöglicht. Einfach dadurch, dass das so simpel war, hat das echt gute Multiplayer-Spieler ermöglicht. Der erste Teil war echt toll. Aber ich fand auch die Kampagne super. Ja. Die haben sie bei Rocket Beans grad nochmal gespielt. Hab ich gesehen, ja. Ja, jetzt wo Rage of Empires weg ist. Ich hab neulich das Intro von Goldständer nochmal gesehen. Das ist ja so genial. Wenn sie Austin Powers nachmachen mit den bekannten Schauspielern. Kennt ihr das? Stimmt, oder? Nee. Sozusagen der Vorspann von Goldständer. Da kommt dann am Anfang Austin Powers, fällt zwar aus einem Flugzeug runter, fällt dann in sein Auto rein, steigt dann aus. Dann zieht er die Brille ab und dann ist es Tom Cruise. Ah, da kommt auch Steven Spielberg. Ja, und der hat hinterher, dann ist das alles ein Film über Austin Powers und dann sitzt da Steven Spielberg und hat's grad. Und ich glaub, Minimi, nee, heißt der Minimi? Doch, das ist, wie heißt er? Der Pinguin. Danny DeVito. Danny DeVito, genau. Und so weiter. Es gibt auch in einem der Thor-Filme ne witzige Theater-Szene, wo die durch, ich glaub, Matt Damon und Sam Leal. und so weiter spielen, dann halt Thor und so weiter. Und Loki und Dings, ja. Ja. Ja, das war lustig. Da muss man noch dreimal hingucken, um sie zu erkennen. Siri, stopp. Du bist ein Zylon. Oh, nee. Was passiert das? Ich weiß nicht, was du mit der Musik dann bist. Siri, stopp. Siri, hör auf. Du musst Hey Siri sagen. Ach, verdammt. Siri. Halt die Fresse, Siri. Nicht Siri sagen. Wie redest du mit mir, du Wablauf? Hey Siri sagen. Hey Siri, stopp. Also, hört gar nicht mehr auf. Hey Siri, ich sag's noch einmal. Siri kann auch Zylonen-Sender sein. Dann steh ich auf. Hey Siri, spiele Zylonen-Sender. Hier ist der Podcast Zylonen-Sender. Ach, der das gehört? Ja. Ich weiß nicht, was du... Podcast Zylonen-Sender. Hm. Na das, wir fangen jetzt an. Nein, ich habe mir meine Stimme bereinigt. Hey Siri, stopp. Tim. Ich habe doch gesagt. Tim hört sich selbst. Das war Phil. Und ich. Sag ich ja. Fangen wir an. Schläfst du schon immer ein? Ich weiß nicht, ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört. Ich würde sowas ja nicht anhören. So. Dann geht's los. Was heißt ihr endlich? Ich warte ja auf euch. Wir warten auf dich. Wir sind doch da. Was? Ach nee, wir haben auf Phil gewartet, weil der noch eine Überweisung machen musste. Jetzt wissen wir, wer der schuldige ist. Ja, das klingt jetzt schon. Ich habe schon lange gesagt, ich bin fertig. Okay. Hm. Warum ich mich eben gewundert habe, ob das jetzt ein oder zwei Folgen ist, weil es gibt nur einen Wikipedia-Eintrag. Die nächste Folge nach Crossroads ist Razor. Okay. Egal, ich fange jetzt an. Ja, aber bei den Air-Dates stehen zwei Dates. Ach so. Okay. Und da steht auch, wer Part 1 und wer Part 2 geschrieben hat. Richtig. Da muss ich jetzt gleich einen anderen Namen sagen. Jetzt sag mal überhaupt irgendwas. Moment. Ich muss die Soundboard finden. Und dann gucken wir mal, was für eine Szene wir diesmal haben. Cara, Trey, please, please. Und ich muss noch was fürs Ende vorbereiten. Das ist hinterbar. Lie, Adama, Lie. Los geht's. Bistar. 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 Bistar.